mohoi in folge 647 wir nehmen es despotar das war kein wieder so ein schöner hit gewesen und irgendwie ist glaube ich despotar unser wappentier für obsidian flames könnte auch ein anderes pokémon sein da würde ich mich sehr freuen aber reichnet sich ein despotar hier ab jetzt ein wunderschönes zirag weil ich es einfach spielen möchte nicht um damit zu plexen sondern ich will damit spielen es kann auch ein jack schade sein so gut für euch bis morgen freunde